Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich bei dem Bienenstand Aue-Süd. Wir haben hier ein paar Völker vor uns. Mit den 21 Tagesrhythmen bin ich hier schon drüber. Das heißt, ich habe hier diesen Bienenstand das letzte Mal vor fünf Wochen durchgeguckt. Da sechs Wochen noch zu nehmen, war mir ein bisschen zu knapp, weil ich wollte sozusagen die drei Wochen nach dem ersten Frost abwarten. Den haben wir jetzt vor drei Wochen gehabt. Eigentlich müssten die jetzt hier alle brutfrei sein, aber bei uns in Baden-Württemberg ist es ganz oft so, dass nach dem ersten Frost nochmal warm wird und die Bienen dann eventuell nochmal ins Brutgeschäft einsteigen. Die Oxalsäure habe ich an Bord. Was ich jetzt als erstes mache, ich überprüfe jedes Bienenvolk auf Brutfreiheit und die, wo brutfrei sind, werden dann, wenn ich im letzten Volk fertig bin, alle nochmal kurz geöffnet und mit Oxalsäure-Dehydratlösung behandeln. Wir haben jetzt heute den 22. November und 3 Grad Celsius. Das heißt, wir dürfen uns hier keine Fehler erlauben bei der Bienendurchsicht, aber dafür sind ja die Videos da. Wir fangen mit der Homehive Einraumbeute an. Also hier mache ich jetzt erstmal ein paar Brücken weg, weil mir das einfach zu viele waren. Hier sitzen schon die Bienen. Deswegen bleibe ich mal vorsichtig und nähe mich an hier von der Hinterseite. Aber wenn ich hier vorne reingreife, da purzeln mir die Bienen ab. Deswegen mache ich das jetzt ein bisschen für die Bienen angenehmer, indem ich die von der Hinterseite anschaue. Also hier ist schon mal keine Brut sichtbar. Aber es war jetzt auch eben nicht die Zentralwabe. Wenn hier auf diesen zwei Zentralwaben auch keine Brut sichtbar ist, dann gehen wir davon mal stark aus, dass das ganze Bienenvolk brutfrei ist. Ja wunderbar. Also das sieht doch hervorragend aus, dieses Volk. Schön. Nur muss ich jetzt tatsächlich nochmal hier in die Mitte gucken, weil wenn Brut ist, dann ist die hier zwischendrin. Nein, Brut frei. Königin ist da, Brut ist weg. Ausgezeichnet. Also ihr habt gesehen, wenn man die Bienen richtig öffnet, dann passiert den Tieren auch nichts. Und so eine Durchsicht rettet dann doch eher das Leben. Also dieser Unfug mit, man soll nicht in seine Völker gucken, das stimmt einfach nicht. November. Oxalsäure. Verhalten war gut. Gesundheit war gut. Entwicklung war gut. Und hier haben sie auch gut Honig eingelagert. Wenn übrigens immer im Video so ein Bienenschwarm mal kurzzeitig auftaucht, das ist tatsächlich mein Handy. Und kein echter Bienenschwarm. Weiter geht's. Wir haben hier nochmal ein Homehive Einraumsystem. Oh, und überall diese leckeren Hagebutten hier. Hier sitzen die Bienen eher in der Richtung. Deswegen ist es sinniger, dann die erste Wabe zu ziehen. Und dann gehen wir zentral auf die Herzwabe wieder los. Hier sehe ich noch drei, vier Brutzellen, die zu sind. Hier genauso. Das sind jetzt wieder diese Zellen, wo das Bienenvolk absichtlich nicht mehr pflegen tut. Aber also hier ist definitiv noch viel zu viel Brut drin. Da brauche ich nicht weiter gucken. Aus Interesse zur Gesundheit interessiert mich allerdings noch diese Wabe hier. Da hat auch noch Brut drauf. Und wirklich gesund sind die nicht. Also das ist hier auch auf der Mindestgröße das Bienenvolk. So wie es aktuell aussieht, mache ich mir da jetzt noch keinen Kopf, dass die vereinigt werden müssen. Aber das hängt jetzt natürlich maßgeblich vom Zeitpunkt ab, wie schnell ich jetzt wieder behandeln kann. Ich habe hier keine Eier mehr drin gesehen. Auch keine Larven. Das waren nur noch Zunezellen. Es ist davon auszugehen, dass die hier nochmal in zwei, drei Wochen gucken muss. Und dann sind die brutfrei hoffentlich. Also wenn die in zwei bis drei Wochen nicht brutfrei sind, dann kann ich wieder nicht behandeln. Und dann hat sich die Varroa hier nochmal so ausgebreitet, dass ich eventuell dieses Volk dann auch vereinigen muss. Von der Statistik her ist das hier im Verhalten ein Plus gewesen. In der Gesundheit eher ein Minus, in der Entwicklung ein Standard. Also so schlecht war es jetzt dann auch nicht. Für ein Minus reicht es nicht aus. Für ein Plus aber auch nicht. Das ist einfach Standard. Honig haben es aber echt gut drin. Und haben damit auch gut gehaushaltet. Machen wir die gleich wieder zu. Und jetzt geht es weiter zu den Homehive. Hier sitzt die Windel 14 Tage drin. Und für 14 Tage sieht es hier definitiv noch nach zu vielen Milben aus. Also toi toi toi. Bitte brutfrei. Wenn ich jetzt wieder zu zweit wäre, dann könnte einer die Kiste nach hinten anklappen. Wenn ich allein bin, muss ich die Kiste dann doch absetzen. So viele Hände habe ich nicht. Okay. Also hier brauche ich nicht gucken. Da sind keine Bienen. Da sind aber Brücken. Die machen wir weg. Sonst könnte vielleicht die Oxalsäure später da stecken bleiben. Okay. Und das Bienenvolk sitzt hier kompakt unten drin. Ich sehe hier Leichenfall. Hält sich aber noch in Grenzen. Von der Volksmasse her sieht es erstmal klein aus. Aber so ein Volk kann halt auch täuschen. Speziell jetzt in meinem Homehive-System. Weil die Bienen da wirklich sehr eng und sehr gut auf diesen Naturwaben sitzen können. Und da muss man entweder von der Seite gucken, um die wahre Volkstärke abzuschätzen. Oder eben Waben ziehen. Und hei, hei, hei. Kann ich nur sagen. Also groß genug das Bienenvolk hier. Schön, wow. Also das sieht mal stark nach Brutfreiheit aus. Zur Sicherheit lüpfe ich nochmal eine Wabe. Ich sehe die Königin. Die hat keinen Punkt mehr. Das sollte man sich aufschreiben. Königin ohne Punkt. Und das war's schon. Hier kann ich gleich mit der Oxalsauber drüber. Gott sei Dank. Beim Bearbeiten in der Winterphase bitte die Kisten nicht mit Schläge absetzen. Jeder Schlag, jeder Griff mit dem Stockmeißel, wozu er macht oder diese Sprunggeräusche macht, das lässt das ganze Bienenvolk aus dem dichten Wintersitz aufstoben und deswegen sind Schläge absolut zu vermeiden. Also hier volle Punktzahl, ein wunderschönes Bienenvolk, wo 100% über den Winter kommt. Klammergerade für spätere Barorbehandlung, die sind dann abgeschlossen, so hoffentlich hier dasselbe Bild, meine lieben Bienen, die scheinen auch unten sich verkrochen zu haben, Futter mehr als ausreichend drin, hier sehe ich wieder diese Brücken, seht ihr das, hier das meine ich, aufmachen. Wenn wir heute nicht behandeln können und vielleicht in drei Wochen behandeln müssen, kann es sein, dass die Bienenmasse von unten schon nach oben gezogen ist und wenn ich dann als Beispiel hier von oben mit der Spritze drüber gehe und die Oxalsäuretropfen dann hier reinfliegen und dann wir unten so eine Brücke haben, wie sollen das die Bienen erreichen, dann bleibt die Oxalsäuretropfen, die bleiben auf der Brücke hängen und somit haben wir keine Wirkung. Also hier ähnlicher Status wie da drüben, die Bienen sitzen alle unten, das sieht sehr gut aus, da sind kaum Leichen, von Milben her sieht es noch besser aus, also das entspricht jetzt circa einer Milbe pro Tag und behandeln sollten wir auf jeden Fall, weil um die jetzige Jahreszeit heißt ja eine Milbe Totenfall pro Tag, noch 500 lebendige Milben im Volk, das ist natürlich zu viel. So ein paar sind hier pissig, wo wollen die mich stechen? Die wollten mir jetzt gerade den Hals pieksen. Wow. Also auch hier muss ich jetzt mindestens drei Waben ziehen, um sicher zu sein. Wow. ein super starkes ausgesprochen schönes bienenvolk hat die volle punktzahl verdient habt ihr gesehen dass wenn bienen mich angreifen ich nicht zurückgehe mit meinen fingern das möchte ich doch kurz hier innerhalb von dem video euch mitgeben also das ding ist die biene also im verstand der biene ist immer ein objekt wo anzugreifen ist eigentlich in der angriffsbewegung oder in der wegziehbewegung und genau das reizt unsere bienen dann auf attacke zu gehen wenn ich jetzt bienen habe die meine handführung nachgehen und hier reinstechen wollen wenn ich schnell zurückziehe dann werden mir mehr bienen folgen weil wenn eine wächterin schon aktiv ist und sozusagen meiner handbewegung folgt und ich mache da eine zuckbewegung dann werden noch weitere bienen von sozusagen denen wo da rumkrabbeln auffliegen und der einwächterin nachfliegen dann habe ich gleich mal zehn um mich rum deswegen ist hier an der stelle ein guter tipp für alle wenn bienen euch nachgehen nicht weg sondern einfach gemütlich wieder hingehen dieses hingehverhalten nicht schnell sondern gemütlich hingehen das unterbricht sozusagen die wahrnehmung von der biene kurzzeitig und desorientiert euer bienenvolk und so kann man dann auch relativ gut ohne handschuhe und ohne stiche arbeiten funktioniert natürlich nicht immer gibt auch bienen die sind so schnell die stechen dann einfach aber in vielen vielen fällen funktioniert das so habe ich jetzt so x reingeschrieben ja habe ich gut das volk wird auch behandelt nachher jetzt sind wir wieder hier bei dem ursprünglichen home hive also mit denen habe ich hier angefangen mit der topper imkerei ist ein abgelaufenes system im nächsten jahr gibt es die nicht mehr zu übungszwecken finde ich die trotzdem nicht schlecht das war halt die ganze entwicklungsstufe also sprich von von dem home hive bin ich dann halt klar habe mich auch verbessert in der technik und auch wie man mit die waben noch mal besser bauen kann damit da keine wabenbrüche entstehen deswegen habe ich aus dem system dann das home hive entwickelt hier wieder dasselbe spiel wenn ich diese wabe ziehe laufe ich gefahr dass mir die bienen abreißen deswegen gehe ich jetzt wieder hier von der hinterseite an das bienenvolk hin und da sind sie ja schon also das hier muss auch wieder ein sehr stabiles schönes volk sein wow groß viel bienen drin sehe ich schon und wie angenehm die da drin sitzen also ich mag natürlich diese bienenvölker die dann ganz ruhig sind bei der bearbeitung das volk hinter mir also das wo gerade eben geöffnet worden ist ist mir schon einen tacken zu nervös das ist genetisch bedingt ok also hier sehe ich noch brut das sind noch wirklich ein paar einzelne zellen wenn denn die nächste war aber auch brutfrei wäre dann missachte ich diese zehn zellen und behandelt trotzdem mit oxalsäure wenn hier brut ist dann natürlich nicht aber hier ist alles frei ausgezeichnet also auch dieses bienenvolk können wir jetzt winter behandeln das ist jetzt der nachgänger vom ersten home hive das ist auch das home hive wo wir so im verkauf haben wer interesse an dem modell hat der guckt mal über meine webseite bibetal.com auf die spalte ich glaube unter info und dann home hive drücken und da ist mein schreiner drin die störmühle schreinerei störmühle und mit denen arbeite ich zusammen also dort könnt ihr dieses modell dann erwerben auch dieses bienenvolk sitzt hier sehr sehr gemütlich da unten ja so mehr als mehr als ausreichend bienenmasse drin das ist ein super starkes volk hier auch und auch die futtermenge ist hier absolut ausreichend hier ist die königin das volk hier ist brutfrei und lässt sich dann auch behandeln also freut mich dieser bienenstand hier sieht bis jetzt ausgesprochen gut aus bis jetzt war dann nur dieses eine volk ganz da hinten das zweite war es das war hier dabei bei dem bienenstand wo ich nicht so zufrieden bin alles andere ist hier sehr gut und die kommen alle über den winter ich zeige euch ja wieder das video dann hier bei der nächsten durchsicht die wäre bei dem bienenstand in sechs wochen ich mache allerdings eine kleine ausnahme weil da hinten ist ja das volk wo ich gesagt habe das gucke ich mir in drei wochen zwei bis drei wochen nochmal an ob sie brutfrei jetzt endlich sind bei dem volk habe ich schon wo ich hier reingelaufen bin in das grundstück habe ich das schon sehen können dass hier vor dem flugloch sich leichen getürmt haben das ist eigentlich nie ein gutes zeichen vermutlich haben die einfach eine sehr starke warrohrbelastung noch das geht eigentlich ein bisschen erhöht aber das ist auch eigentlich bei zwei milben pro tag circa wenn ihr seht ich habe jetzt auch nicht alle ausgezählt zu 100 prozent ich muss aber auch an der stelle sagen ich habe es hört sich jetzt sehr unwissenschaftlich an aber so ist es nun mal ich habe spirituelle techniken gelernt mit den bienen zu fühlen und ich kann das schon so ein bisschen einfach fühlen ob die bienen noch zu viel milben oder zu wenig haben das sind einfach die eindrücke die ich da verarbeiten tue bei der durchsicht und ich habe das jahrelang auch dann über die wissenschaft nochmal überprüft sozusagen mein gefühl und wenn mein gefühl ob das volk okay ist immer kohärent war mit dem tatsächlichen wissenschaftlichen wert der milben die runterfallen dann besteht da natürlich eine kohärenz und über viele jahre als berufsimker mit täglicher bienenarbeit verlasse ich mich natürlich dann auch auf diese wahrnehmung ich möchte allerdings deutlich sagen dass man wenn man mit bienen anfängt und vielleicht auch für viele menschen die generell im hobby bienen halten ich wirklich empfehle ausschließlich über eine gemühldiagnose zu imkern das heißt wir behandeln genau in der sekunde wo wir eben über der varroa schadschwelle schon sind also tatsächlich hat das volk hier unten erhöht leichenfall von der bienenmasse her sehe ich gleich richtig tolles volk wow schön wie die da sitzen übrigens auch immer schön wie so ein Bienen vor griechen tut die haben ja wirklich ihren eigenen duft auch im winter gott sei dank bin ich imker geworden ich glaube in jedem anderen beruf wäre ich nicht so glücklich wie hier mit bivital und permabis ja das sieht doch alles gut aus königin ist sichtbar brut ist weg check dann nachher gleich die behandlung ja genau hier das war das volk wo leider die stockkarte verloren hat mehr oder weniger da ist immer zuckerhasser drauf gelaufen und das ist echt witzig wenn da zuckerhasser drauf klebt und die bienen fangen an das weg zu schlecken dann schlecken die dummerweise tatsächlich den cd writer mit hätte ich nicht gedacht aber ist so ansonsten lässt sich das zeug nur mit spiritus lösen also finde ich echt ein phänomen dass so eine bienenzunge das einfach ablehnt und unser letztes bienenvolk schön die können wir jetzt hier schon teilweise oben sitzen ja tun sie auch und hier sind wieder die brücken das ist genau das was ich vorhin erzählt habe hier sind über dem bienensitz diese brücken und die verhindern mir den gezielten oxalsäure einsatz auch hier erhöhter leichenfall lass mal die windel überprüfen ohja also das ist circa drei vier milben pro tag zwar jetzt doch ein bisserl mehr aber so wie die bienen hier drin sitzen mache ich mir da tatsächlich erstmal gar keine sorgen um milben die wollten mir jetzt ins gesicht gehen auf der seite brauche ich nicht mehr gucken die königin ist da die brut ist frei tatsächlich mittelgroßes volk noch alles gut wenn die weiterhin bienenmasse verlieren dann müssen die vereinigt werden ox plus gesundheit auch plus entwicklung kann ich nicht plus geben honig haben sie wieder gut gemacht ja gott sei dank ok und dann geht es mit der oxalsäurebehandlung weiter ich habe die extra im auto gelassen weil der boden ist schon leicht angefroren und die oxalsäure soll ja bitte immer lauwarm auf die bienen appliziert werden und wir sagten ja wir fangen wieder mit dem ersten volk an hier ein kleiner tipp ich mache halt die bienenhaltung beruflich ich kann es mir fast nicht rausnehmen den tipp den ich euch jetzt gebe bei meinen eigenen bienen zu machen das liegt einfach am berufsalltag aber wenn ihr diese videos seht und ihr habt die zeit zum beispiel im hobby dann heute die bienen überprüfen auf brutfreiheit und den ersten tag später mit der oxalsäure drüber gehen das ist definitiv besser für die bienen weil so eben der bienensitz sich wieder ganz stark zusammenzieht und je dichter die bienen sitzen desto besser funktioniert auch diese oxalsäurebehandlung mit dem mit dem mit dem mit dem ok wir haben ja noch etwas also gehen wir noch mal in den schnelldurchlauf drüber das war erfolgreich das war Das Volk überspringen wir, hat ja noch Brot. Wow, riesenvoller. Das Volk überspringen wir, hat ja noch Brot. Nochmal hier Schnelldurchlauf, ich muss noch Säure übrig lassen für den oberen Bereich. Oh, das wird jetzt sehr knapp. Das wird jetzt sehr knapp, eventuell muss ich jetzt ein bisschen nochmal aufziehen. Ja, das muss ich. Aber nicht viel, nochmal zwei, drei Milliliter mehr. Ja. 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 1. 2. 3. 11. 12. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 20. 21. 21. 22. 22. Vielen Dank. Schnelldurchlauf. Gut, diesmal habe ich es besser einkalkuliert für die oberen DIN. Okay. 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 Das war's. Das war's. Oh, sind wir da vorne passiert? Oh, das geht nicht. Guck, jetzt könnt ihr sehen, was ich mit den Brücken vorhin gemeint habe. Die Tropfen bleiben auf den Brücken drauf. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. 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 von oben. super das wäre geschafft für heute liebe bienen ich wünsche euch eine gute weitere überwinterung und für die zuschauer viel spaß bei den nächsten videos abonniert meinen kanal nicht vergessen